Guck, ihr nehmt da schon mal 10 Scheitern Ich denke Seite ist gedeckt von mir Achso, ok Das hört sich stark nach der Nemesis an Oh meiner Ja, ich hab die auch Ich spiel ja ohnehin an Schön, Jungs Recker fort zu Madding Einer Treppe runter geht auf die rechte Seite Jetzt sind wir Da Und Schön Madding Jetzt brauchst du gleich Sperrfeuer für die Aktion So Und Vorsicht, deine Troakel aktiviert Ja Ja Ha 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 Du bist halt nicht Von mir zu durch Ja Ja Kann ich ja nichts vorrücken Ha Warte, ey Ja Ich hab die vielleicht zuhause nicht Oder bei der Treppe Ich brauch genug Munition, ey Ja Wie gut Ja Aber wenn ich da einsehe, sind sie weit vorne Rechts kommt jetzt einer Zwei rechts an der Ja Bill, direkt vor mir irgendwo Verstanden Oh, mein Lack ist bei mir Ist safe auf der linken Seite Ja Ja Linken Seite Sehe ich Auch gar nichts Ich rücke ein Stück vor Ja Haben wir einer die Treppe runter? Einer ist hinter diesen Da Also direkt Vor der Treppe Ist ja so eine Ding Ja, ich weiß Aber wenn ich jetzt rausgehe Das schießt er mich von beiden Seiten ab Der ist beim rechten Schild Der ist beim rechten Schild Der ist beim rechten Schild Ne, kann ich immer noch nicht die Mittel Vorsicht bei mir einer Danke Ist er weg? Ja, der eine hat ihn erschossen und zwei Ja, den kriegt du das Was macht hier rechts? Klar Klocker bei mir Klocker bei mir Klocker bei mir Klocker bei mir Und hier Jupp, war er damit Heiyus Eine Torschung Rechte treppe runter Klocker rechts hinterm ersten Posten Gesichtet Beat nochmal frei für die Linke Im Vorpush wenn wir oben sind Jupp, tot. Sechst du mich, Arco? Ähm, Treppe ist einer. Rechte Treppenseite. Auf der ersten... Oh, ich hab's locker in mir gehört. Oben, Mitte, Treppe, links, links. Ganz links, außen, sucht einer. Und dahinter auch noch ein bisschen keiner. Sehr schön. Ah, scheiße. Bei mir auf der rechten Seite, ähm, hinter der ersten Säule ist... Nee, nee. Bei mir, du denkst du nicht, ich werde leer rausfliegen. Scheiße. Linke Seite ist einer, der brettet. Rechte Seite, sorry. Rechte Seite an der Post, äh, rechte Treppenseite an der ersten Säule. Jetzt an. Ich wollte doch mit Glück um den Lockdown zu gehen. Ja, nein. Nicht aufgeregt, Schatz. Boah, ich setze jetzt einfach links, weil die Diedeiten fertig ist, außer manchen wir nach vorne links. Würde ich mal ganz stark sagen. Geh auf rechte Seite. Wie geht's links aus? Rechte Seite da. Ja, momentan ist da nur bei dem Schild einer. Ich weiß nicht, ob bei der Treppe was ist, aber da ist alles. Ich bin auf der ersten Rappenstule. Ich bin auf der ersten Rappenstule. Ich bin auf der ersten Rappenstule. Und da. Ich gehe jetzt auch mal seit Abbruch. Treppe Mitte sind das zwei. Barbud�� ist hinter dem ersten Pfeiler auf der rechten Seite. Er ist so gesagt an diesen Pfeil, an dem grünen Pfeil. Ja, ich bin mir ganz allein in der Treppe. Ja, warte, ich komm dich unterstützen. Ich rücke wieder vor. Ah, Mann! So, hab ich gerade gehört, aus weiter Entfernung. Hab ich. Ich hoffe, der Oracle links. Einer hinter den Bahnverzeichnis, oder wie man das sagt, an der Treppe. Ich weiß nicht, wie nennt ihr das? Zwei Stück jetzt. Wo, links und rechts? Wie nennt man das in der Mitte? Ich weiß nicht. Schilder. Fabler, sag mal Fabler. So, was. Rechts. Rechte Treppe. Hm? Müssen wahrscheinlich scheinen. Linke Treppe in der Mitte ist eine. In der Mitte ist auch eine. Also Mitte, Mitte. Rechte Treppe oben. Das ist ein Zwei-Mann. Ja, der hat nicht mehr viel. Weg. Schilder. Ich glaube, der Treppe ist kaputt. Hast du den Kill gesehen? Ich bin links in der Mitte. Vorsicht, Chloak bei mir. Linke Treppe ist auf jeden Fall komplett. Äh, linke Treppe. Also rechte Treppe ist noch hoch. Ich bin links oben. Schilder. Rechts sitzen zwei Mann oben an der Treppe. Schilder. 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 Ja, das ruft leider zu. Kommt dich auf B. Links ist gut. Okay, links ist gut. Okay, links ist nicht mehr gut. Links war gut. Ja, keine Güte. Du weit nicht weg und wieder alles zu wach. Mensch, Mensch, Mensch. Schaffen wir es noch in sieben Sekunden, um ein bisschen anzufangen? Vier, drei, zwei, eins. Finish. Ja, lass mich auf B. Aber wir haben gesiebt. Ja. F1. Das war auf die einfachste Seite. Also ich finde die Seite ist einfacher, wenn man jetzt keinen Sniper spielt. Was? Ich finde die Seite die wir jetzt gespielt haben ist einfacher, wenn man keinen Sniper ist. Also ich kann die rechte Seite mit dem Schild durch. Ist okay. Ich bin mit F1 zufrieden. Ich snipe die anderen beiden. Ja, von mir aus. Ja. Die sagen ja gut angesagt. Ich gehe rechts, heete ganz außen. Warte, komm du mal bitte mit rechter Seite und mach mal deine Heat an. Ja, hab ich schon gesagt. Ich heete ganz rechts außen. Da hinten am Schild ist schon einer. Und noch einer aus dem Zug. Und einer im Zug. Ich weiß nicht. Links kommt zwei Mal auf die Schiene und nach hinten gelaufen. Ich weiß nicht, wir dauern. Rechte Seite. Ich habe einen Oracl, Aegis, am ersten Pfeiler. Ich nehme mal noch A. Ich habe gesagt. Ab. Der einen links war schon auf dem Weg. Ja, hat er den ja. Du hast noch mal einen Oracl links. Du hast noch mal einen Oracl links. Da ist einer. Warte, ich kann mich lieber. Ja, und der Barrikade ist auch einer. Auf der rechten Seite. Ich komme rüber. Einer hat Zug drinnen. Vorsicht, einer hat Zug. Ich bin Mitte. Ich bin hinter dir. Achtung, hinten auf den Gleisen ist noch einer. Fick dir den auf den Gleisen. Zug. Jo. Tot. Sehr schön. Alter, ich verpiss mich aus der Mitte. Ich bin gleich tot. Ja, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja, ich habe gesagt, das ist live. Das geht nicht. Hintergang ist fast komplett frei. Was ist das mal? Links hat er gesagt. Links hat er gesagt. Links. Links hat er gesagt. Scheint sauber zu sein. Ah, ich weiß nicht. Aber rechte Seite. Kann sich vielleicht noch was überwinden, ne? Ja, Achtung. Mitte rechts steht einer. Passt da ja auch. Ja, in der Mitte kommt einer. Er holt ihn euch. Ja, also wer ist in der Mitte reingegangen. Ja, ich gehe mal rechts unterstützen. Ja, ich gehe mal rechts. Kommt der Vorderrücken rechts? Ja. Wie steht die? Ja, drei Mann. Ungefähr vier Mann. Durch den Zug oder an den Seiten? An den Seiten, zwei Stücke im Zug und einer im Zug. Genau wie er sagt. Ich hab's gerade gesehen. Schade gleich aktiv. Gibt's auch nicht. Noch einer. 2, 3 im Zug. Zuck zwei Stück. Ich könnte jetzt mal hinten holen. Ach. Ich sag ja, da war noch einer. Ja. Irgendwie scheinen die mich hier links zu meiden. Ja. Ja, da hab ich auch gar nichts zu tun. Also da würde ich irgendwie auch durchfraschen. So. Clear. Ah, ich gehe mal den in die Position holen. Die sind immer gleich noch rechts weg. Sobald sie auskommt. Ja, ist auch natürlich wichtig, dass wir rechts gehen, ne? Ja, ich sag mal so. Wenn jetzt ein oder zwei stören, äh... Die sind eigentlich clear. Na, ich geh mal. Äh, hinterstellt. Und deck euch von ihnen. Oh, ich hab wieder Heat frei. Warte, Stutt. Ich heat hier oben aus dem Fenster raus. Achtung. Hinten links, rechts kommt einer zu drüben. Ich geh tot. Links kommt Pappe. Vorsicht, Aegis. Der ist jetzt in der Mitte drüben. Der ist hier so drin. Du bist ein Slug, aus der Mitte drüben. Oh, man muss das rein. Wie ist das drin? Du bist ein Schlug besser. Ich bin ein Schlug besser. Was ist das drin? Wir haben mich mit einem Schlug besser. Oh mein, was zu tun ist kann. So? So, das ist es. Das ist so cool, oder? Der Zug ist immer noch clear Gut, dass ich ihn anfacke, wird weggeholt Ah, Achtung, rechts ist einer aus dem Zug gesprungen, ich weiß nicht, wie der in den Zug kam Ich habe nur noch 13 live In der Mitte sind wir In der Mitte? Ich komme wieder Ja, in der Mitte bei D Zwei Stöcke in der ersten Scheibe Ich muss sagen, die F2000 macht richtig Laune Oh, das nervt Öfter mal Hab ich Ups, Entschuldigung Ah, Achtung Behind Der darf von der Stoßdruck noch stehen Pass auf, da ist noch einer In der Mitte In der Mitte In der Mitte zu ziehen Da ist noch einer Ah, ich seh's auch Da könnte einer Behind kommen Boah Ich bin jetzt ja nicht endlich mit der MP durch die Kante drin Die wirft der die Garte hat der denn Achtung im Zug Sie sind schon Ja, schon im Zug sind sie durch oder? Der Zug sind zwei Ja, sind zwei durch Dann sind wir durch Mal einnehmen, das sieht sie aus. Ja, ist tot. Zug kannst du jetzt eigentlich wieder fallen. Ich hab auch keinen Nades mehr. Ich hab auch keinen Nades. Vorsicht, da ist einer bei mir. Ey, sorry Maddie für den Killklauer. Ja, keinen Nades noch vorlagen. Ich auch. Auf, jetzt rück rück vor auf den Feuchtelstamm. Ja, vornhin hast du. Sehr schön. Ich übernehme die rechte Seite. Ja, da ist einer durch. Links ist jemand durch. Ach, da ist einer durch. Und Achtung, halt nur hinter dir. Halt nur hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter. Ah, ich will die Tür. Ich weiß nur den Namen, das ist schrecklich. LOL Ich weiß noch irgendwas mit S. Irgendwas mit S. Leute, er ist nicht gestorben. Richtig. Auf, D kriegen wir. Jupp, D ist nun. Zeigen wir mal D ist unser. Ah, rechte Seite. Ach so, einer ist... Äh, äh, ja. Oder wie sagt man schön? Der war es mei. Äh, äh. Vorsicht, Orakel. Ich bin schon mal ohne, dass er nicht zu zweit gelaufen ist. Ich rücke rechts vor der Decks für mich, aber der ist einer. Ja, einer. Ab, auf, 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 auf. Ich bleib am Fernsehen. Ja, der ist nicht eigentlich. Echt? Eingang ist sicher. Hm. Mach links dich. Oh, das lag zu extrem, ich kann nicht mal durchraschen. Ah, ich weiß nicht, aber ich kenne mich nicht mehr. Da bin ich aber was besser, glaube ich. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Nein, zu drei, ja. Genau so muss das sein. Wenn wir noch den besten Spezialisten hätten, wäre das perfekt. Das ist hier. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das ist ein B und das drei.